Murat Kunas ist ein in Deutschland geborener und aufgewachsener türkischer Staatsbürger, der von Januar 2002 bis August 2006 ohne Anklage im Gefangenenlager der Guantanamo-Beynaval-Base festgehalten wurde. Er beschrieb dies in seiner Autobiografie »Fünf Jahre meines Lebens«, die 2013 verfilmt wurde. Leben Kunas machte in Bremen seinen Hauptschulabschluss und begann daraufhin eine Ausbildung zum Schiffbauer. Im Sommer 2001 heiratete Kunas in der Türkei. Die Ehe wurde während seiner Gefangenschaft geschieden, wovon er Meldungen zufolge erst auf seiner Heimreise nach Deutschland erfuhr. Im Herbst 2001 begann er, sich zunehmend am Islam zu orientieren, ließ sich einen Bad wachsen und besuchte regelmäßig die Abu Bakr Moschee in Bremen Mitte. Dort bekam er Kontakt zur Organisation Tabligi Jamat. Am 3. Oktober 2001 flog Murat Kunas von Frankfurt nach Karachi, um so seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss in den Moscheen der Jamat al-Tepley mehr über den Koran zu lernen, bis seine Frau im Dezember aus der Türkei nach Deutschland käme. Nur wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 am 3. Oktober 2001 flog Kunas nach Pakistan, um sich mit seinem Freund Selchuk Bilgin, der allerdings schon am Flughafen Köln festgenommen worden war, der sunnitisch-orthodoxen Bewegung Tabligi Jamat anzuschließen und eine von der Organisation angebotene Pilgerreise zu unternehmen. In Pakistan wurde er im November 2001 bei einer Routinekontrolle von pakistanischen Sicherheitskräften festgenommen und anschließend Ende November gegen Kopfgeld an die US-Streitkräfte in Afghanistan übergeben. Er wurde als feindlicher Kämpfer eingestuft und im Januar 2002 von einem US-Häftlingslager in Afghanistan zum Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba verlegt. Er war einer der ersten Gefangenen in dem erst wenige Wochen zuvor eröffneten Lager. Kunas selbst gibt an, während seiner Inhaftierung in Pakistan und Guantanamo wiederholt gefoltert worden zu sein, unter anderem durch Schläge, erzwungenen Schlafenzug und dem Waterboarding ähnliche Praktiken. Nach der Entlassung aus mehr als vier Jahren Internierung traf er am 24. August 2006 wieder in Deutschland ein. Kunas hat seitdem wiederholt in den Medien schwere Vorwürfe gegen die deutsche Bundesregierung erhoben. So behauptete er, er sei Ende 2001 in Afghanistan von Angehörigen des Kommandospezialkräfte der Bundeswehr misshandelt worden. Sein Anwalt warfe der Bundesregierung vor, sie habe eine frühere Freilassung Kunas im Jahre 2002 vereitelt. Kunas berichtete zudem von schweren physischen und psychischen Misshandlungen durch US-Amerikaner in Afghanistan und auf Kuba. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland lebt Kunas in Bremen. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und hat zwei Kinder. Der Fall Murad Kunas Murad Kunas befand sich im direkten Umfeld von Seljuk Bilgin, dessen Eltern ihm vorwarfen, in Afghanistan gegen die Vereinigten Staaten kämpfen zu wollen. Diese Tatsache führte zu einer Überprüfung des gesamten Umfeldes Bilgins, zu dem auch Kunas zählte. Beweise für seine Beteiligung an Gewaltarten wurden nicht erbracht. Kunas wurde von den US-Kräften als ungesetzlicher Kombatant eingeordnet. Dieser Begriff von George W. Bush im sogenannten Krieg gegen den Terror verwendet, dient als Rechtfertigung, den Inhaftierten ihre Rechte zu versagen und sie der Folter zu unterwerfen. Da es ihn weder im Kriegsvölkerrecht noch im Genfer Abkommen III über die Behandlung von Kriegsgefangenen gibt. So dürfen die Gefangenen zum Beispiel keinen Rechtsanwalt mit ihrer Verteidigung beauftragen, sich mit keinem Anwalt alleine unterhalten. Ihre Angehörigen nicht sehen und sollen erst in unbestimmter Zukunft vor einem US-Militärgericht angeklagt werden. Sein Anwalt Bernhard Docke klagte zusammen mit den Anwälten anderer freigelassener Guantanamo-Häftlinge dagegen vor einem US-amerikanischen Bundesgericht. Die zuständige Richterin Joyce Hans Green stellte am 31. Januar 2005 fest, dass die Einstufung Murat Kunas als ungesetzlicher Kombatant unbegründet und somit seine Inhaftierung rechtswidrig gewesen sei. Die Richterin, die Zugang zu Kunas gesamter Gefangenenakte inklusive der Geheimhaltung unterliegender Informationen hatte, stellte fest, es gebe keine Beweise, dass Kunas Verbindungen zu Al-Qaida gehabt oder eine besondere Bedrohung der USA dargestellt habe. Am 9. Februar legte die US-Regierung Berufung gegen dieses Urteil ein, deren Verhandlung bis dato noch aussteht. Der Karlsruhe-Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof verwies im Frühjahr 2002 DK Sekundenverfahren gegen Murat Kunas wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung zurück an die Bremer Staatsanwaltschaft. Der Generalbundesanwalt erklärte sich für nicht zuständig, da er nach Prüfung der Ermittlungsakten zu dem Schluss kam, dass kein ausreichender Anfangsverdacht für die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorlag. Der Bremer Staatsanwalt Uwe Pikat stellte gegen die zwei weiteren Verdächtigen das Ermittlungsverfahren noch 2002 mangels hinreichenden Tatverdachtsein gegen Murat Kunas und den weiteren Beschuldigten Sofien B.A. wurde das Verfahren zunächst vorläufig eingestellt, weil diese sich nicht persönlich äußern konnten. Am 17. Oktober 2006 teilte die Staatsanwaltschaft Bremen mit, dass das Verfahren nun auch gegen Murat Kunas eingestellt sei. Seit Januar 2002 war die deutsche Regierung über die Gefangennahme des türkischen Staatsbürgers Kunas informiert und arbeitete eng mit den amerikanischen Sicherheitsdiensten zusammen. Schon im Januar 2002 wurde von den Amerikanern die Möglichkeit zum Verhör angeboten. Versuche des Auswärtigen Amts Kunas konsularisch zu betreuen, wurden von amerikanischer Seite mit dem Verweis auf dessen türkische Staatsbürgerschaft abgelehnt. Nach Art 5LiT, A und T des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen ist es Aufgabe der jeweiligen Heimatstaaten, die Interessen ihrer Bürger im Ausland zu schützen und ihnen Hilfe und Beistand zu leisten. Da insoweit die Türkei berufen war, begegnet die Ablehnung der deutschen Konsulartätigkeit keinen staatsrechtlichen Bedenken. Dennoch intervenierte die türkische Regierung nicht zugunsten von Murat Kunas. Die Entscheidung hierüber oblag allein der türkischen Regierung. Deutsche Ermittlungserkenntnisse wurden informell an die Amerikaner für die US-Verhöre in Guantanamo übermittelt. Schließlich flogen im September 2002 zwei Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Zusammen mit einem CIA-Mitarbeiter zum Verhör nach Guantanamo. Der Mitarbeiter des BfV war zuvor in Bremen auf das Verhör vorbereitet worden. Darüber hinaus gab es Fragelisten von BKA und LKA. Nach Auffassung der deutschen vernehmenden Beamten war Kunas nie terroristisch tätig, sondern nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Da die US-Stellen im Grunde diese Auffassung teilten, sollen die Vereinigten Staaten kurz darauf Kunas Rückkehr nach Deutschland angeboten haben. Die deutschen Behörden hätten jedoch eine Abschiebung in die Türkei, nicht aber nach Deutschland befürwortet. Daraufhin hätten die Vereinigten Staaten ihr Angebot zurückgezogen. Obwohl der damalige Außenminister Joschka Fischer persönlich im US-Außenministerium für seine Freilassung intervenierte. Laut Aussage des damaligen US-Sonderbörschafters und Guantanamo beauftragten Pierre-Richard Prosperva Murat Kunas seit 2002 zur Freilassung. Vorgesehen, was der deutschen Bundesregierung auch bekannt war oder hätte sein müssen. Entgegen den Aussagen des damaligen Kanzleramts und späteren Außenministers Frank-Walter Steinmeier habe sich die deutsche Bundesregierung nicht für eine Freilassung eingesetzt. Der damalige Innensenator Bremens, Thomas Röwekamp, kündigte 2004 an, dass Kunas nach seiner Freilassung nicht wieder nach Deutschland einreisen dürfe. Da seine unbefristete Aufenthaltserlaubnis wegen eines mehr als sechsmonatigen Auslandsaufenthalts erloschen sei, Kunas habe versäumt, die in solchen Fällen vorgeschriebene Verlängerung der Wiedereinreisefrist zu beantragen. Zu diesem Schluss kam ursprünglich ein Dossier des damals zuständigen Referatsleiters im Bundesinnenministerium Hans-Georg Maaßen, das Jahre später bei der politischen Aufarbeitung des Falles Kunas Hauptgegenstand des dafür eingerichteten Untersuchungsausschusses wurde. Das Verwaltungsgericht Bremen entschied im November 2005, dass die Aufenthaltserlaubnis weiterhin gültig sei, da Kunas keine Gelegenheit hatte, rechtzeitig die sonst erforderliche Genehmigung für eine längere Abwesenheit ohne Verlust des Aufenthaltsrechtes einzuholen. Der Fall Murat Kunas beschäftigte zwei Untersuchungsausschüsse des Bundestages. Der Verteidigungsausschuss untersuchte, ob Angehörige des Kommandos Spezialkräfte Kunas in Afghanistan misshandelt haben. Der sogenannte BND-Untersuchungsausschuss prüfte, ob Kunas nicht bereits 2002 hätte freikommen können. Im nunmehr erweiterten Untersuchungsauftrag hieß es u.a. Der Ausschuss soll klären, welche Bemühungen im Fall Murat Kunas von der Bundesregierung unternommen wurden, um Murat Kunas Hilfe zu leisten und seine Freilassung zu erreichen. Insbesondere soll geklärt werden, ob und welche Angebote es von US-amerikanischen Stellen für seine Freilassung gegeben hat, ob sie von deutscher Seite abgelehnt wurden oder ungenutzt blieben, wenn ja, aus welchen Gründen geklärt werden soll in diesem Zusammenhang. Welche deutschen Stellen des Bundes an einer solchen Entscheidung beteiligt waren und wer die Verantwortung dafür trägt? Im Bericht des CA-Sonderausschusses des Europäischen Parlaments wird festgestellt, die deutsche Bundesregierung habe 2002 ein Angebot der Vereinigten Staaten, Kunas freizulassen, ausgeschlagen. Dies sei geschehen, obwohl die Nachrichtendienste beider Staaten von seiner Unschuld überzeugt waren. Mit Verantwortung für die Entscheidung soll nach Presseberichten der damalige Chef des Bundeskanzleramtes und Beauftragter für die Nachrichtendienste Frank-Walter Steinmeier tragen. Steinmeier bestreitet diese Vorwürfe. Es habe kein offizielles belastbares Angebot der Vereinigten Staaten gegeben und es bestehe kein Zusammenhang zwischen der Entscheidung, Kurnas wegen Terrorismusverdachts nicht in die Bundesrepublik einreisen zu lassen und seiner langen Haft in Guantanamo. Wörtlich sagte er 2007. Ich würde mich heute nicht anders entscheiden und man muss sich ja nur vorstellen, was geschehen würde, wenn es zu einem Anschlag gekommen wäre. Und nachher stellte sich heraus. Wir hätten ihn verhindern können. Am 1. März 2007 kam es im BND-Untersuchungsausschuss zum Eklat, da wichtige Akten zum Fall des verschleppten Murat Kurnas verschwunden sind. Dabei handelte es sich um jene Unterlagen des Bremer Verfassungsschutzes, die nach Meinung des Bundesverfassungsschutzes und der damaligen Bundesregierung belegten, dass Kurnas dennoch ein Sicherheitsrisiko darstellte und dies im Gegensatz zur Einschätzung der BND-Mitarbeiter, die ihn in Guantanamo verhört hatten. Die weiteren Vernehmungen wurden verschoben. Der Verteidigungsausschuss beendete am 18. September 2008 seine Tätigkeit als Untersuchungsausschuss im Fall Murat Kurnas und gab als Ergebnis der Untersuchungen bekannt, dass es für die Misshandlung des ehemaligen Guantanamo-Häftlingskurnas durch Angehörige der Bundeswehr-Elite-Einheit keine Beweise gebe. Die Vorwürfe könnten aber mangels Beweisen auch nicht zurückgewiesen werden. Werke Mit Helmut Kuhn Fünf Jahre meines Lebens Ein Bericht aus Guantanamo Rowold Berlin Verlag Berlin 2007 ISBN 978-387134589-0 Hayat Imin B.S. Yili Guantanamo den B.A.N. Lati Ani Merketski-Tapla Istanbul 2007 ISBN 978-9944-86-0321 Mein Freund in Guantanamo Süddeutsche Zeitung 27. Januar 2014 Siehe auch Blackside Internationale Geheimgefängnisse der USA Film Fünf Jahre Leben Deutschland 2013 Regie Stefan Schaller Drehbuch Stefan Schaller David Fink Kamera Armin Franzen Darsteller Sascha Alexander Gersack Ben Miles U.A. 96 Minuten Farbe FSK ab zwölf Jahre Murat Kunas über Folter und Guantanamo auf YouTube Interview Jung und naiv Politik für desinteressierte Episode Episode 216-13 Dezember 2014 alanto Giovanni Territor Vor zwölf Jahre consultant ount